Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Video und zwar heute kein Vlog, denn heute nehmen wir euch mit live in Rossmann, denn wir wollen einen riesengroßen Einkauf machen. Ich habe es euch schon im Vlog gezählt, dass wir noch Gutscheine haben und die nutzen möchten. Deswegen fahren wir etwas weiter weg, weil wir haben leider hier keine Rossmann in der Nähe. Und wir haben nach dem Rossmann oder vor dem Rossmann mal gucken einen wichtigen Termin, wie wir es schaffen, weil der Roll ist noch dicht da. Einen wichtigen Termin, aber darüber sprechen wir dann im Vlog. Also ich erzähle es euch dann im Vlog morgen oder übermorgen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Einkauf. Wir fangen mal an, wir sind mit Kabel. Ja, Kabel ist blöd, oder? Stirnhimmelleuchte. Gibt es hier noch Schönes? Szena wollte unbedingt mit, weil sie was absahnen möchte. Ah, guck mal, hier gibt es Kräuter. So, wir haben gleich was empfehlen. Wir haben schon mal Petersilie und Schnittlauch mitgenommen zum Einkflanzen. Ich brauche eine gute Maske. Jetzt kann ich euch nicht fragen, was könnt ihr empfehlen, gell? Ich nehme auf jeden Fall sowas hier mit. Was gibt es hier mit der Maske? Antistressmaske. Feuchtigkeitsmaske nehme ich mir mit. Sowas nehme ich mit. Und sowas nehme ich mit. Ich nehme mir mein Lieblingsparfüm mit und zwar das hier. Das hatte ich schon vor allem nicht mehr. Diesmal gönne ich mir das. So, Selina sucht sich mal hier Spray aus. Ich bin gerade im Angebot für 65 Cent und 89 Cent. So, wir haben jetzt hier verschiedene noch mitgenommen. Mango-Duft. Was hast du mitgenommen? Die Habers, das wird 2,79 mal gebucht. Ich meine neue mit. Soll ich mich auch. Hm? Mal wieder hier nach rechts, oder? Nee, wir gehen jetzt hier lang. Hier lang? Wieder zurück. Okay. Ei, ei, Sir. Achso, Seife, wir können mal wieder mitnehmen, genau. Kleine ist wach. Gute. Meeresfurt. Eikon. Psch, zwei, drei. Achso, muss ich sagen. Ich hab mir das so rudelt. So, Seife. Zahncreme haben wir mal wieder mit. Ich nehme mal für die kleine Zahnbürste mit. Die spielt doch so gerne mit Zahnbürsten. Ich bin die voll süß. So, Daroy hat sich schon das und das, oder? Hast du genommen? Kirschblüte und Kokos? Äh, ja. Und ich nehme Papaya. Papaya, Papaya. Coconut, Banana. So, Selina braucht so Fett hier. Ich. Hier ist unser Wagen. Tschüss nehmen wir. Was macht ihr hier so lange? Einmal Klobappier. Boin. Und welches Zee war es im Angebot? Seba. Richtiges Seba. Und das ist hier nicht. Ich nehme mal für die kleine Blöffel mit. Ich nehme mal für die kleine so Hausschüchen mit. Oh, ich glaube die sind süß hier. Ball, ja genau. So was hier. Ja, die Frosmannbinden sind echt super. Nur eine Packung Tee für die kleine wieder. Nehme mal Porridge für die kleine Erdbeer-Himbeere. Und wenn nicht, dann ist es Selina, die mag das. Ich nehme mal Apfelessig mit. 1,39. Ist aber kein gutes Angebot. Sonst kosten die doch immer, wenn es im Angebot sind. Ah, ich nehme mal die. Die günstigen hier einfach. Aber eins davon nehme ich jetzt doch nicht. Ich nehme mal hier so Pesto mit. Bio-Pesto. Ja. Einmal so und einmal so. Ich hoffe es schmeckt. Hier dieses Ohrschmessel nehme ich auch noch mit. So Maizwaffeln. Popcorn. Und unsere Proteinriegel. Ich nehme gleich mal 5 Stück mit. Danane. Und du willst Kokos, gell Selina? Kokos? Ich nehme mal für Lukas noch so Spinnenbeine. So, wir sind wieder zu Hause. Und ich bin gerade hier auf der Bank. Denn von der Seite sieht man das gar nicht. Also ich glaube, wir haben euch alles im Laden live gezeigt. Ich habe hier noch Essig mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es gezeigt hat. Und dann haben wir hier zweimal Seife mitgenommen. Dann so Riegel hat der Roy noch mitgenommen. Mit Haarhol. Milch für die Kleine. Zeva. Achso, genau. Wir haben ganz viele Seife. Wir haben insgesamt 5, 6. Ein paar Gläschen für die Kleine. Die Zahnbürsten habe ich euch gezeigt. Die Zahnbürsten habe ich euch gezeigt. Dann unsere Proteinriegel haben wir uns mehrere mitgenommen. Den Ball. Roy hat sich irgendwas für die Füße hier mitgenommen. Fußwohl-Anti-Hornhaut-Patches. Einen Kaffee. Cappuccino. Dann haben wir unseren Cappuccino mitgenommen. Dann habe ich hier so Feuchtigkeitsmasken für mich mitgenommen. Für die Kleine Hausschuhe. Voll süß. Dann diese Knobsteine. Da habe ich jetzt zwei verschiedene mitgenommen. Einmal diese günstigen, die mir letztes Mal kaputt gegangen sind. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Dann Sojaschnetzel habe ich mitgenommen. Was zum Einpflanzen. Baby-Tee. Deswegen hat sich hier so Karteikarten mitgenommen. Zweimal Pampers. Äh, nicht Pampers. Baby-Dream. Roy hat sich La Cult mitgenommen. Eine Bambuszahnbürste. Dann habe ich die Löffel hier mitgenommen. Zum Spielen für die Kleine. Und halt zum Essen. Weil sie spielt ja gerne mit Löffeln und Zahnbürsten. Von Lukas hier so Hitchlock. Dann habe ich zweimal Pesto mitgenommen. Einmal Oroso und einmal Basilico. Mal gucken, ob das schmeckt. Dann war hier so. Rot im Angebot haben wir auch noch mitgenommen. Ja. Genau. Achso, was ist das hier? Eine Handmaske hat der Roy sich mitgenommen. Und hier habe ich noch so eine Maske genommen. Ich mache jetzt mal so die Masken rüber. Und für meine Augen, was Neues, die habe ich noch gar nicht gesehen. Mit Kokosöl. Cool. Ich bin gespannt. Ja, das war es eigentlich. Ach, und Selina hat sich hier noch Süßigkeiten mitgenommen. Achso, und hier die verschiedenen Duschkies. Die haben euch, glaube ich, gezeigt. So, das war unser XXL Rieseneinkauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Achso, mein Parfüm, genau. Aber ich glaube, das habe ich auch schon gezeigt. Beste Parfüm. Es riecht ewig. Zwölf Stunden und mehr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Und über einen Daumen nach oben. Und dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.